Es ist also heute Ihr Tag und es ist auch Ihr Applaus. Abschließend, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht mein Dank für diese Kampagne an den ASB selbst. Natürlich bin ich stolz. Ich finde das total gut, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Nicht nur hier, sondern insgesamt in den vielen Diensten, die der ASB anzubieten hat. Von der Pflege über den Rettungsdienst bis hin zu den psychosozialen und anderen Leistungen. Das ist nicht machbar ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch das muss man mal sagen, das gilt ja vor allen Dingen auch für den Bereich Demenzbetreuung zum Beispiel, auch nicht ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Wenn man ein nettes Lächeln von den Leuten bekommt und wirklich ein Danke, dass sie da sind, ich finde das das Schönste eigentlich, was man in dem Beruf bekommen kann als Bestätigung. Ihr leistet da diese Gratwanderung und kriegt es immer wieder hin, dass die Menschen am Ende zufrieden sind. Und dafür würde ich ein ganz großes Lob aussprechen und ein Dankeschön, dass ihr uns so zur Seite steht und für die Pflegebedürftigen, für unsere Kunden wirklich das Beste will. Vielen Dank.